Herzlich Willkommen Euren Freunde zu einer neuen Runde Skywars auf dem Gommelserver. Wir haben diesmal das Kit Tank. Yeah! Tank kostete 80.000 Coins. Ja, Leute, Leute, es tut mir auch schon wieder leid, dass in der letzten Zeit keine Videos kamen. Ähm, ja, ne, jetzt muss ich mal kurz noch eine neue Ausrede finden, die sogar stimmt. Ich suche gerade Studiumplätze oder auch Ausbildungsplätze, wie auch immer. Hauptsache, ich habe für nächstes Jahr irgendwas zu tun. Und, ja, ne, und das ist ein bisschen anstrengend, beziehungsweise zeitaufwendig. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, was ich jetzt hier genau, ähm, äh, aufnehmen sollte in Minekraft. Ich weiß, ich wollte das eigentlich jeden Tag machen, aber ich weiß einfach nicht, was ich aufnehmen soll. Das ist echt kacke. So, da muss ich auch schon wieder husten. Dann war ich so ein bisschen krank wieder, wie eigentlich immer. Ne? Wie eigentlich immer. Und tschüss. So, der ist weg. Düt, 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 düt. Ähm, ja, ne, das ist ein bisschen blöd. Und bevor einfach keine Videos kommen, ne, habe ich mir überlegt, was ist denn mit Pokémon? Das könnte ich da eigentlich immer nur weiterlaufen lassen, weil, da weiß ich direkt, ja, okay, was ich machen muss, ne? Ähm, sie kommen. Da oben, da oben, da oben, da oben kommen sie. Ich gebe mir mal eben hier das hier. So, okay. Okay. Ich wohne da drauf. Okay. Ich verbrenne der einen Baum. Komm, 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 schick da einen über. Uh, 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 nein, 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 äh, komm, komm, dich, dich, dich habe ich nicht mehr. Obwohl, der könnte vielleicht noch sterben am Feuer, falls er kein Wasser mit dabei hatte. Ach man, er hatte bestimmt Wasser mit, ne? Ja, ja, bestimmt. Okay, schade, Leute. So, gucken wir mal, ob direkt eine andere Runde da ist. So, dadadadam, da haben wir schon direkt eine. Perfekt, perfekt. Wir nehmen nochmal Tank. Okay, vielleicht doch nicht. Was habe ich? Ist das Tank? Ist das Tank überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. So, hier haben wir einen Kompass, okay. Okay, okay, ja. Und deswegen läuft jetzt ab sofort wieder Pokémon regelmäßiger. Äh, ich habe mir so vorgestellt, jeden zweiten Tag oder, ja, jeden zweiten Tag. Und dazwischen soll Minecraft laufen. Aber wenn es nicht klappt, Leute, seid nicht böse, seid nicht böse. Ich habe viel zu tun, ne? Schule, dann das, dann das. Das ist alles ein bisschen... Ich habe nicht mal ein Schwert. Mann. Have you got a sword for me? Please? Da sind Gegner, da sind Gegner, überall sind Gegner hier. Ich hatte eine Idee. Ich baue mich hier rüber. Ist viel chilliger als unten her. So, dann hier ein bisschen Glas. Oh, ich wollte gar nicht die Welt neu laden lassen. Und dann hier rüber. Okay, Leute. Oh Mann, ey. Ich hasse mein Leben, ey. Wieso laufe ich immer runter? Wieso? Kann mir das bitte mal einer erklären? Ich kann es mir ja selbst nicht erklären. Oh, das war wirklich... Okay, das ist wirklich Tank. Super. Äh, wie viel kostet... Was fehlt mir hier denn noch? Assassine. Wie viel kostet das? 80... Oh, auch wieder 80.000. Okay. Jetzt habe ich 20.000, glaube ich. Ich gucke mal eben. Coins. 37.000, okay. Also noch 40.000. Dü, 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 dü. Ja, ihr könnt nämlich zum Beispiel auch mal Vorschläge machen, was ich in Minocraft machen soll. Äh, mit... Gewissen Herr Leon. Der irgendwie nur noch Counter-Strike spielt. Ja. Mann, 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 Mann. Mit denen habe ich lange nicht mehr geredet. Naja. So ist das Leben halt. Puh, 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 puh. Äh, so, Diamant-Schwur, nice. Und Mädel habe ich hier als Team. Okay, danke, dann gehe ich halt runter. Hahaha. Oh, Dia. Dia ist super. Gold-Apfel ist auch super. So, dann gebe ich ihr noch hier. Bitteschön. Ähm. Hier, du kannst den Gold-Apfel haben. Ach, das ist überhaupt kein Mädel. So, dann nehme ich mir nämlich das Schwert. Hier. So. Und... Ich baue jetzt nicht... Die soll bauen. Danke. Wie lange hält der Tag eigentlich? Drei Minuten? Ach. Boah, alter, ey. Statt dass sie irgendwie eine Brücke baut, wo ich auch mit kann. Nee. Macht sie nicht. Mein Gott. So, okay. Sollen wir jetzt hier runter oder nicht? Hm. Hm, 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 hm. Ich würde mich ja ganz gerne da so in die Mitte... So. Ja, bitte, 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 bitte. Nein! Niklas, nein. Nein, Niklas. Nein, Niklas. Och, Mann. Scheiß, Niklas. Okay, Leute. Das war's mit einer Runde Skywars. Also, vergesst nicht. Ähm. Warte. Jetzt sag ich mal. Vier Tage wieder. Sonntag. Montag, ähm, Mittwoch und Freitag. So, wie es eigentlich früher gewesen ist. Ähm, und wenn Pokémon dann endlich vorbei ist, dann kommt erst mal, ähm, wieder Yu-Gi-Oh! Weil da haben mich schon sehr, sehr viele darauf angesprochen. Auch im TS und sowas. Schrecklich. Äh, nicht schrecklich. Nee, nee. Sehr schön. Es kommt auf jeden Fall irgendwann, Leute, ja? Okay, Leute, das war's dann mit Skywars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!